Wieso ist Johnny nicht mit im Urlaub? Er chillt zu Hause, hört Musik und grillt. Äh, Johnny, what the hell? Ja, okay, mach mal den Grill sauber. Aber deine Kameraden sind alle im Urlaub. Warum sind die alle im Urlaub und du nicht? Das verstehe ich nicht ganz. Ehrlich gesagt, denn der Rest der Familie ist hier im Urlaub und vergnügt sich in der Natur. Warum macht das Johnny nicht, meine Lieben? Ich weiß es nicht. Warum verbrennt sie sich die Hand? Warum, du musst nur ein Feuern machen. Anna, kannst du nicht helfen? Nein. Achso, ihr beiden müsstet hier auch Dinge ins Kirchen spielen, ne? Hufeisen werfen. Wo ist sie eigentlich? Warte mal. Paddy? Achso. Emi und Paddy vor dem wirklich riesigen Fernseher. Aber wer braucht im Urlaub schon einen riesigen Fernseher, wenn er das hier hat, ne? Da sind sie sogar alle da. Quasi zugegen. Nicht so wie Helmi, der immer, man sieht ihn immer einmal für drei Minuten im Haus. Und dann ist er auf einmal weg. Auf unerklärliche Weise in den ewigen Jagdgründen des Waldes verschwunden. Bis zum Urlaubsabreisetag. Da läuft auch irgendwas. Irgendwas geht in diesem Wald vor. Und wahrscheinlich werden wir es nie rausfinden. Aber wir können es versuchen. Mir ist ja gerade nur eine Frage gekommen. Und zwar, ich habe einfach mal alle Haushalte so random in den Urlaub geschickt. Und dieses Haus zum Beispiel hat ein Bett. Eins. Ja, Emi, da lachst du zurecht. Denn ihr seid zu fünft, beziehungsweise zu viert. Weil Johnny irgendwie sich gedacht hat, nö, kein Morgen auf Urlaub. Ich bleibe zu Hause und genieße meine Freizeit. Keine Ahnung. Sims, what the hell are you doing? Ich habe eigentlich allen gesagt, sie sollen im Urlaub. Und sie waren auch alle im Urlaub. Aber okay. Wir sind das ja schon gewohnt, dass das Spiel ab und zu mal so ein bisschen das macht, worauf es Bock hat. Naja, kann arbeiten gehen. Da kommt Geld in die Kasse. Das ist auch gut. Ich müsste mir nur irgendwie ein Feldbett kaufen. Weil. Sonst können die hier nicht schlafen. Das gibt dann übelst Probleme. Wer. Ich glaube Anna. Oder? Sollen wir Patty mal das machen lassen? Weil die Mädchen so. Nein. Ah, ich will nicht. Ich traue mich nicht. Kannst du das nicht organisieren? Ja, ja. Dann mache ich das. Guck mal, der Bär. Und wer ist das? Guck mal, wer ist das? Hallo. Hallo. Ist hier in der Rot? Paddy. Äh, Paddy. Wieso kann ich nicht mit ihr reden? Warum? Kann ich nicht mit der jungen Dame? Wieso kann ich nicht mit ihr reden? Äh, ich glaube ich würde schon gerne mit ihr reden. Ich bin nicht sicher, aber. Ich vermute das mal. Kann ich nicht. Ich konnte doch irgendwo. Da. Aha. Aha. Wir fragen mal nach, ob wir da vielleicht ein bisschen ein Feldbetten oder sowas bekommen. Der Paddy macht das schon. Wieviel brauche ich denn? Also ein Bett habe ich ja. Eine Couch habe ich. Weiß doch nicht, ob man auf der schlafen kann. Amy, kannst du das mal testen gerade? Nickerchen machen. Ja, ungefähr so sieht das dann aus. Uff, knapp. Ah, anscheinend nicht. Hm. Oder sie ist einfach zu wach. Ich weiß nicht. Nein, sie ist auf jeden Fall kokett. Warum ist sie denn kokett? Na, ein kleiner Flirtversuch innerhalb des Hauses. Aber wir müssen aufpassen, dass nicht die gleichgeschlechtlichen, äh, Beziehungen hier quasi überhand nehmen. Guck mal, eine Taschenbette. Wie teuer die sind, oder? Kann ich nicht einfach so ein Bett? Da. 255. Kaufe ich mal. Eins, zwei, drei. Habe ich das Geld? Nein. Oder? Doch. Super. Paddy, du bist der Beste. Und da kommst du jetzt hierher und baust den Scheiß auf. Guck mal her, ja. Guck mal her, ja. So. Ja, in Welt platzieren. So, guck mal her. Nein. Oh. Jetzt gehst du erstmal hier hin. Wenn ich mit den Bären brauche, dann willst du nicht. Oh nein. Oh nein. Was hast du jetzt da aufgebaut? Nein. 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 Einfach nein. Ich wusste, ich habe schon gedacht, dass sowas passiert. Da dachte ich mir schon, wenn da steht den Weltplatzieren und er mir keine Angabe gibt, wo ich es hinbauen kann, dann stellt er das bestimmt dahin, wo ich gerade stehe. Verstehe ich zwar nicht, aber okay. Gut. Dann ab ins Wohnzimmer. Oder wir stellen es in den Garten. Oder hier auf die Veranda. Wo wollt ihr denn schlafen, meine Lieben? Wollt ihr innen schlafen oder außen schlafen? Also ein Bett habe ich ja in und für einen Notfall, also wenn ihr Angst habt, da ist noch die bequeme Couch. Emi hat das gerade schon getestet. Das ist ganz wunderbar zum Schlafen. Okay, Patty. Okay, Patty, Patty. Pass mal auf. Okay, so. Bleib stehen. Und dann platziert es mal hier. Ja. Genau das wollte ich. Genau so. Das ist perfekt. So, dann stellen wir noch eins hier hin. Ja, so. Jawohl. Da kann auch jemand schlafen. Kann man nicht doch daneben niemand auch liegen lassen? Er sucht sich schon ein Örtchen, wo es geht, oder? Ja. Okay. Geht das? Wir bauen das auch mal innen auf, oder? Ich möchte jetzt nicht, wenn die anderen alle drin schlafen können, dass dann einer hier draußen schlafen muss, es sei denn, er hat tierisch Bock drauf. Aber da bin ich mir nicht so sicher, ob da jemand hier den Schlafen drauf hat, denn er hat es Bären. Oder zumindest Männer in Bärenkostüm. Oder Frauen. Okay, gut. Er baut es halt da auf. Das ist ein richtig gut aufgebautes Bett. Oh, guck mal. Oh. Oh, was ist denn los mit ihr? Warum? Was ist denn? Weil tut dein Arm weh? Oh. Oh. Ja. Warum habt ihr dasselbe an? Ist das normal so? So, jetzt müssen wir mal schauen. Oh. Paddy macht sich schon für seinen, für seinen Abend, äh, ja, für seine Höhle bereit. Vor dem Ferender. Ich mach ihn mal aus. Okay, Paddy. Dann kannst du vielleicht auch ein bisschen pennen, wie er da liegt. Und wer schläft draußen? Anna schläft draußen. Ah, das ist aber süß. Das passt aber auch irgendwie so ein bisschen zu ihr, ne? So ein bisschen naturverbunden. Was machen die anderen beiden Girls? Sind die noch wach? Seid ihr noch wach? Hä? Wieso schläft denn? Achso, Emmy schläft in... Wie kann sie nur so motiviert sein? Mit einer Nacht ganz alleine um zwei Uhr? Dieses komische Spiel zu spielen. Guck mal, wer ist denn das? Und warum waren sie alle so nachts unterwegs? Alexander Bach, ist das Lea? Was macht Lea um diese Zeit? Hier draußen. Guck mal, wir können sie doch mitspielen lassen, oder? Ach, geht nicht. Sie trainiert. Ja, jetzt bleib doch da stehen, Lea. Was hast du überhaupt für Sachen an? Ist das dein Wanderoutfit? Guck mal, die hört genau dasselbe an. Wollte sie gerade hier in den dunklen Wald gehen, Lea? Um zwei Uhr morgens? Ist das dein Ernst? Ja, dag, dag. Lea, wo hast du Lottie gelassen? Und warum willst du hier mitten in der Nacht um zwei Uhr morgens in diesen dunklen, gruseligen Wald gehen? Ist das dein Ernst? Das ist ja furchtbar. Warum machst du sowas? Warum tust du sowas? Was ist der Hintergrund dessen? Warum was? Okay. Ja, das ist der kleine Hase und das Seepferdchen. Habe ich auch gemacht, das Seepferdchen. Na, zwar nicht im Space, aber dennoch getan. Und Lea erklärt Ellie hier gerade die Welt. Äh, Sarah, Entschuldigung. Ja, die Sternbilder, ne? Der kleine Hase und die große Ameise. Ja, das ist hier der kleine Hund, ne? Ah, ja, ja. Der kleine Hund. Sie scheint sich beide anscheinend sehr, sehr für Sternenbilder zu interessieren. Oh, guck mal, sie hat den großen Drachen gefunden. Ah, Lea denkt aber eher über Krebse nach. Vielleicht hat sie Hunger. Wollt ihr vielleicht irgendwo in die Nähe vom Feuer gehen? Ich meine, es ist schon derbst dunkel hier draußen, ne? Ihr könnt euch nicht hier zusammen... Hier, wo ist denn das Feuer? Da! Wollt ihr nicht hier zusammensitzen? Was liegt denn da? Ein Buch. Warum liegt denn da ein Buch auf dem Boden? Unbändiger Verrat im Herzen. Was? Wieso? Warum ist das so? Guck mal, dann machen wir das Feuer nochmal an hier. Guck mal, hier zwei. Wer ist denn da? Wer läuft denn hier mit einer Nacht hier noch durch den Wald? Jens Paulis. Wieso? Ganz schön, was ist los, oder? Also Aktivitäten sind schon geboten. Kommt Lea auch mit? Ist ganz schön gebraucht, bis hier losgegangen sind die beiden. Ich bin ja immer noch auf der Suche nach Helmi, dass ich ihn vielleicht hier noch so zwischendrin irgendwo durch das Holz, durch das Unterholz erhasche. Ein Blick auf ihn zumindest. Jetzt ist sie auf einmal müde, ne? Lea geht auch. Lea sollte am besten jetzt langsam mal nach Hause gehen, hä? Sie guckt sich aber so um, als hätte sie noch irgendwas vor. Jetzt wohin läuft sie, dann zielstrebig. Lea, das ist nicht so ganz die richtige Richtung. Du musst hier hin. Oh, was macht sie denn hier? Die sind die Presser. Und wo läuft Lea hin? Macht sie jetzt hier eine Linkskurve? Okay, das wäre dann schon der richtige Weg. Zu ihrem Haus. Wir verfolgen das mal. Anna ist aufgewacht. Ich bin ja gespannt, wo sie hinrennt hier. Das ist schon zumindest die richtige Richtung. Nein, 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 Lea. Nein, Lea, dein Haus ist links. Oh mein Gott. Sie verläuft sich. Oh, Jesus Christus. Lea. Oh, was? Nein, nicht doch in den tiefen Wald. Lass das. Lass das. Es ist 5 Uhr morgens leer. Gehst du Frühsport, angeln? Geh doch lieber schlafen. Anna ist auch auf. Worm ist Anna auf? Rückenschmerzen wegen billigem Bett. Was? Da ist doch kein billiges Bett. Das ist voll die moderne... Also ich meine, da kann man wollen... Ja, okay, so toll ist es auch nicht. Schon eine ziemlich billige Pritsche eigentlich. Eine ziemlich billige Pritsche. Wollen wir mal gucken, wie die anderen schlafen, weil... Die anderen schlafen ja auch in Betten, die gar nicht existieren. Vielleicht schlafen die dann gar nicht. Das einzige Haus, das ich umgebaut hatte, damit da mehrere Leute drin schlafen können, ist ja das, wo eben... Unser Haushalt, also unser Baby-Haushalt mit Lea und so was schlafen. Guck mal hier. Da sind die Janssens. Und hier ist die Van Bergen-Familie. Und hier habe ich die Janssens. Das habt ihr schon mitgekriegt. Grüne Zuflucht. Ja, sie läuft ja irgendwo rum. Guck mal, was die Bianca macht. Die anderen sind angeblich alle in dem Haus. Also es kann ja unmöglich sein, dass sie schlafen. Das würde mich schon interessieren, wie das Spiel das nebenbei so handelt. Dass auch wenn die da gar nicht schlafen können, weil gar kein Bett existiert. Ob in meine Ab... Ähm... Wieso in Gottes Namen seid ihr nicht im Urlaub? Und sitzt zu Hause auf dem Klo. Und was stinkt hier so? Was ist denn los? Ähm... Äh... Pfff... Das ist jetzt... Könnt ihr mal aufräumen. Könnt ihr mal hier euren Mist mit wegräumen. Und warum kümmert sich keiner mehr um die Pflanzen, seitdem die gute Kali weg ist. Äh, die Katie. Ach, das müffelt ihr hier. Uah... Uieieieiei... Uah... Gott... Bluh... Räumt das mal weg. Nein, nicht Samen kaufen, sondern die verweckten Pflanzen entsorgen. Das ist ja ekel erregend. Gott. Uuuh... Ist Talia... Ist Talia jetzt alleine mit... Warum... Die komplette Familie war im Urlaub. Ah, dieses Spiel macht mich manchmal... Nein, nein, nein. Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich wirklich nicht. Da passieren so Dinge... Wo ich mir denke so... Hä? Ja, du machst Urlaub. Du machst Urlaub mit Cindy Presser. Ja, ich mein, da geht's... Meinst du, er schickt die nach Hause? Die kann Platz haben, weil keine Betten dafür vorhanden sind. Und deswegen ist hier die gute Tali alleine. Mit der Cindy. Ist das so? Ja, Spiel. Hä? Kriegst du das nicht hin? Muss ich jetzt die ganzen Urlaubshäuser umbauen? Damit hier alle gleichzeitig in die Familien in Urlaub gehen können? Hm. Das ist ja... Ja, Sims, ich weiß auch nicht. Da, also manchmal sind da so... Also, es... Alles ist das, was wir schon so oft sagen. Es ist quasi perfekt. Aber nur halt vom Grundprinzip. Es wäre halt gut, wenn man halt viel mehr Sachen machen könnte. Und die ein bisschen freier einstellbar sind hier. Weil das nervt zum Beispiel, wenn der dann die anderen nach Hause schickt. Dann sollen sie halt uns mehr Freiheit geben bei der Auswahl von Häusern. Oder die Änderbarkeit der Häuser in den jeweiligen Gebieten. Und wie die Leute damit interagieren können und so. Aber ich glaube, dann würde man zu tief in... Ja, gut, es muss ja nicht jedermann machen können. Also, was ich jetzt meine, ist, dass es halt den Leuten zu tief reingeht. Aber zu viel Einstellungsgewirre ist und zu viel hier und da. Und die wollen einfach anmachen und es spielen. Gut. Okay. Ja. Akzeptiere ich. Aber wenn man halt was machen will, irgendwie so einstellen oder halt hier so... Ich meine, wir haben jetzt halt schon besondere Bedingungen bei den Familien, würde ich sagen. Und dann geht das nicht so. Und dann wirft uns das Spiel immer so einen fetten Ast in die Haxen. Dann finde ich das eher schade. Ach, ja. Jetzt sind die... Ja, gut, dann machen die halt so zweit hier so Mädchenurlaub oder so. Oh, okay. Ich muss immer was einfallen lassen, was wir da mit den... Wie wird das irgendwie ein Deich sein? Jetzt gehen die anderen alle arbeiten. Und... Talia, du isst den ganzen Teller voller Burger, ja. Anscheinend. Sie ist stark dafür. Ja, dann einen guten Appetit.